Wenn wir über Corona und die Pandemie aus Börsensicht sprechen, ja, da hat es natürlich seinerzeit tatsächlich Börsengewinner gegeben. Ob nun eine Delivery Hero, eine HelloFresh oder eine Zalando, das waren die Werte 2020, 2021. Aktuell hat sich allerdings hier dann doch relativ viel relativiert. Die Börsenkurse sind allesamt in den Keller gefallen. Und nicht nur da, auch die Hauptprofiteure aus der Biotechnologie, auch die haben ordentlich in letzter Zeit nachgeben müssen. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Sehr spätestens am 18. September, als der US-Präsident Joe Biden erklärt hat, die Pandemie ist vorbei und dementsprechend der Gesundheitsnotstand formal in den USA anschließend beendet wurde. Da haben wir tatsächlich auch fallende Kurse gesehen, nämlich bei Biontech, bei Moderna oder gar bei Novavax. Da ist natürlich jetzt jede Menge Geldverdien-Fantasie aus diesen Werten herausgegangen, wenn schon Amerika erklärt, sie sehen keine Pandemie mehr und sie werden dementsprechend auch nicht mehr großartig gegen Corona vorgehen. Heißt also dementsprechend, auch die Anleger rechnen laut dem Manager-Magazin dementsprechend aktuell gerade bei den genannten Werten eher mit Umsatzeinbrüchen. Naja, und wenn wir mal hinschauen, Biontech war seinerzeit mal 100 Milliarden Euro wert. Aktueller Wert nur noch 32,5 Milliarden. Und auch bei Novavax, da haben die Kurse ordentlich, ordentlich nachgegeben. Die Aktie mittlerweile sogar auf 12 Monats tief. Also, das Thema Pandemie ist vorbei und die großen Gewinner an der Börse, ja die, die werden jetzt zuerst einmal wieder abverkauft. Klar, weiß man doch auch nicht, ob da tatsächlich in den nächsten Jahren noch Geld verdient wird und wie. Denn die Impfstoffe werden sicherlich eher weniger gekauft werden. Heißt, es klingelt auch lange nicht mehr so viel in den Kassen der Biotechnologieunternehmen, wie sich das so mancher wünschen würde. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.